Das Konzept unserer Bar, das Old Jacob ist folgendes, wir wollten Barkultur nach Bonn bringen, weil bis dato gab es in Bonn nichts Vernünftiges, wo man ordentlich trinken gehen konnte und das war unser Ziel von Susi und mir, dass wir Konzepte entwickeln, das letztendlich den Genuss der Drinks plus das richtige Ambiente zusammenpacken. Der Drink, den ich heute mitgebracht habe, ist ein Twist auf eine Margarita mit Mescal in dem Fall, Himbeere Agave und das Ganze wird geshakt mit Eiweiß und getoppt mit einem Hibiscus Tonic, was dem Ganzen einen schönen Körper gibt und viel Tiefe. Abgeflemmt mit Orangenessenz und Chili-Fäden am Ende oben als Topping, wo der Gast selber entscheiden kann, wie scharf er es gerne hätte. Schärfe ist ein absolut subjektives Thema, was ich auch wichtig finde, dass der Gast selber entscheiden kann, wie scharf und in welche Richtung er gehen möchte. Spannender Drink, spannende Spirituose, spannender Filler sorgen dafür, dass du einen komplexen Drink hast, den du aber auch am Wochenende ganz entspannt trinken kannst, ohne dass der Drink dich zu sehr überfordert. Wenn ihr irgendwann mal in der Nähe seid von Bonn, würden wir euch sehr, sehr gerne begrüßen im Old Jacob. Demnächst gibt es auch einen zweiten Ableger, dazu aber Folgeninfos später. Und ja, ihr seid immer herzlich eingeladen auf einen guten Drink unter der Woche am Wochenende. It's up you!